Der erste schöne Frühlingstag. Gehst du ein Stück mit uns? Nein. Die Gänse, die Langbeinigen, müssen mir helfen. Schneeweißchen! Rosenrot! Wohnt ihr in einem Haus am Waldrand mit eurer Mutter? Ja. Dann ist die Botschaft für euch. Ein Glück, dass ich euch hier treffe. Frau Gertrud, guten Tag. Großvater lässt fragen, ob ihr ihm eure Lampe bauen würdet. Es sind zwei Männer gekommen. Die wollen mit ihm in die Stollen. Gib ihm nicht die Lampe. Der Berggeist wird sie töten. Komm Schneeweißchen, wir sagen ihnen, wie viele Bergleute in den Stollen erschlagen und verschüttet wurden. Ah! 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 Oh, wie heißt denn es? Andreas und Michael? Ich weiß es nicht. Sie haben mich wohl aus dem Berg gebracht. Und danach? Als ich zu mir kam, waren sie nicht mehr da. Wir müssen sie suchen. Na, wollt ihr noch immer das Menschenpack zurückholen? Und meine Schätze rauben? Als Bär und Falke müsst ihr leben. Diese Tasche gehört Andreas. Jetzt habe ich euch, ihr neugierigen, einfältigen Ziegen. Habt ihr Abschied genommen von der Sonne? Die Sonne ist ein sehr wichtigeres Zielgeräusche. Ich bin mir noch ein sehr wichtigerer. Die Sonne ist mit der Sitzung auf der Sonne. Es gibt auch einen sehr unteren Frucht-Kling. Wir sind hier mit der Sonne. Ich habe ein sehr wichtigerer地方, oder wenn es mir gehalten wird, ich habe meinen Geräusch auf. Untertitelung des ZDF, 2020